Am Donnerstag startet unsere neue Komödie Und wer nimmt den Hund? Gehen Sie doch mal wieder ins Kino. Ja, super, genau. Da müssen Sie nicht ständig das Gequatsche von Ihrem Partner anhören. Das Wichtigste in einer Beziehung ist Kommunikation. Haben Sie kommuniziert? Miteinander geredet? Fast nur. Erbanent. Es ist sehr mutig, eine Trennung begleiten zu lassen. Man kann doch nicht einfach so sagen, Schluss, wer kriegt den Fernseher oder wer nimmt den Hund. Man will das doch irgendwie verstehen. Ich habe jemanden kennengelernt. Gut. Wow, ich dachte, du flippst total aus. Was würde das denn bringen? Was genau zieht sie an bei dieser Frau? Muschi. Diese Frau ist der absolute Wahnsinn. Laura, der ist 30 Jahre älter als du. Gicht, Arthritis, Demenz. Ich fühle mich so, wie wenn ich den ganzen Tag unter Strom stehe. Sie ist nur mal 30 Jahre jünger als du. Er hat jetzt ein Brot im Brotschlang, dass sie jeden Tag mehr schimmelt. Die ersten vier, fünf Jahre, die wir hatten, waren wundervoll. Dann wurde es immer mehr zu einer Mischung aus Ehefrau, Hausfrau und Mutter. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Entschuldigung, dass ich unsere Kinder kurz gezogen habe, oder wie? Und wenn ich mal sterbe, dann werde ich nie irgendwas gemacht haben, was wahrhaftig außergewöhnlich war. Was hindert Sie? Ich habe jemanden kennengelernt. Er unterstützt mich auch. Zum Beispiel findet er es gut, dass ich mich selbstständig machen will. Was? Ich habe mein Leben lange genug zurückgestellt und deshalb werde ich jetzt eine Firma gründen. Was denn für eine Firma? Ein Bauunternehmen für Luftschlösser? Wieso sind die bei uns im Italiener? Ich glaube, da brennt ein Auto. Je länger wir zusammen waren, er erzählte, was ich wollte, irgendwie weniger als was er bringt. Ich habe unsere Kinder gewickelt. Ich habe endlose Elternabend, die mir um mich ergehen lassen. Ich habe... Hi. Hi. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Wir sind ja auch im richtigen Alter. Weißt du eine Kleine eigentlich schon davon? Also, dass du zu abrupte Bewegungen vermeiden musst? Ah.